So stellst du dir Steuern vor, oder? Mit dem Vorurteil sollten wir mal aufräumen. Stell dir einen Beruf vor, bei dem du nicht nur in einer, sondern in allen Branchen arbeitest. Der sich fortwährend wandelt, so wie das Steuergesetz selbst. Ein Beruf, der nah am Menschen ist, immer digitaler wird und konjunkturunabhängig bleibt. Und jetzt stell dir vor, dass du diesen Beruf an der Hochschule Worms studieren kannst. Wer in Worms studiert, steht bereits mit einem Bein im Beruf. Ob klassisch oder dual, im Bachelor oder im Master. Hier erwarten dich aktive Lehrveranstaltungen in Kleingruppen, internationale Projekte, landesweit ausgezeichnete Profs, die dir mit ihrer Berufserfahrung ein praxisnahes Studium ermöglichen, bereichernde Eindrücke aus einem freiwilligen Auslandssemester und die professionelle Anwendung der Steuersoftware DATEV, für deren Einsatz wir offizielle Referenzhochschule sein dürfen. Mit all dem hast du deinen Abschluss so gut wie in der Tasche und bist bereit für jede weitere Stufe der Karriereleiter. Für alle Steuerberater von morgen, für Selbstständige und Angestellte, in Kanzleien und Unternehmen, für Ortsgebundene und Weltenbummler. Für euch alle gibt es die Studienrichtung Steuern an der Hochschule Worms. Überregional anerkannt, im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar. Du willst Staub aufwirbeln? Dann bewirb dich jetzt!